Hallo Leute, wer sich aktuell nach einem Monitor mit Mini-LED-Technik umsieht, muss sich darauf einstellen, tief in die Tasche zu greifen. Das gilt zumindest dann, wenn man auf Merkmale wie hohe Helligkeit ab 700 Nits, 4K-Auflösung mit IPS-Technik, USB-C Power Delivery und eine Display-HDR-Zertifizierung wertlegt. Die Auswahl ist hier ziemlich eingeschränkt und sprengt noch dazu die 1000-Euro-Marke in den allermeisten Fällen deutlich. Genau deshalb habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich über dieses Schmuckstück gestolpert bin, den InnoCN27M2U. Dieser Bildschirm des hierzulande eher unbekannten chinesischen Herstellers will all das und sogar noch mehr bieten, ruft dafür aber einen unfassbar kleinen Preis von nur um die 600 Euro auf, wobei es den Bildschirm zuletzt zum Black Friday sogar schon für 559 Euro gab. Dieses beachtliche Datenblatt für den Preis klingt natürlich zu gut, um wahr zu sein und genau deshalb habe ich den InnoCN27M2U in den letzten drei Wochen auf Herz und Nieren für euch getestet. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in dieser Review. Viel Spaß! Beim Auspacken hinterlässt der 27M2U gleich mal einen positiven ersten Eindruck, denn der Lieferumfang hält alles bereit, was man braucht. Zum Bildschirm mitsamt Standfuß bekommt ihr noch drei Kabel mit jeweils einem Meter Länge für HDMI, Displayport und USB-C, sowie Berichte über die Werkskalibrierung für die Farbräume sRGB, Adobe RGB und DCI-P3 und eine mehrsprachige, aber relativ knappe Anleitung liegt ebenfalls bei. Das Netzteil ist extern und mit knapp 180 Watt ausreichend dimensioniert. Ein nettes Detail ist die Kabellänge von insgesamt drei Metern, was für einen Großteil der Nutzer ausreichen sollte. Wer ein längeres Kabel braucht, kann natürlich auch ein eigenes anschließen, denn das Netzteil nutzt normale Kaltgeräte-Schuko-Kabel mit Mickey-Maus-Stecker. Der Zusammenbau vom Monitor verläuft recht einfach. Der Arm vom Standfuß wird einfach am Bildschirm eingehängt und festgeklipst. Die Basis vom Standfuß wird mit einer Fingerschraube befestigt, sodass man hier nicht zwingend Werkzeug benötigt. Wer eine Wandhalterung oder einen eigenen Standfuß nutzen will, kann auch die 100x100mm Weseraufnahme an der Rückseite des Bildschirms nutzen. Vom mitgelieferten Standfuß bin ich recht positiv überrascht. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis des Monitors kommt dieser überraschend solide daher. Er besteht zwar aus Kunststoff, steht aber erstaunlich stabil und der Monitor kommt auch nicht so schnell ins Wackeln, wenn man mal an den Tisch stößt. Was ebenfalls ziemlich cool ist, sind die Einstellungsmöglichkeiten, die der Monitor bietet. Man kann ihn nicht nur um minus 5 Grad bis plus 20 Grad neigen und um 45 Grad nach links und rechts schwenken, sondern auch in beide Richtungen um 90 Grad drehen, womit ein Betrieb im Hochformat möglich ist. Darüber hinaus gibt es auch eine Höhenverstellung, die erfreulich gut funktioniert und bei der man nicht mal den Standfuß festhalten muss. In der niedrigsten Einstellung hat die Unterkante des Bildschirms noch 4,5 cm Tischabstand und in der höchsten Einstellung sind es 15,5 cm. Das einzige, was mir am InnoCN 27 M2U nicht so gefällt, ist das Design. Von vorne sieht der Monitor mit seinen schlanken Bezels zwar recht schick aus, doch die Rückseite ähnelt eher einem Gaming-Monitor als einem Standard-Consumer oder Profi-Gerät, was am Ende ja die Zielgruppen des Monitors sind. Ein etwas schlichteres Design hätte ich da bevorzugt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Auf der Rückseite gibt es übrigens auch eine RGB-Beleuchtung, welche aber auch eher unnötig ist. Die Helligkeit ist relativ gering und die Effekte laufen für meinen Geschmack viel zu schnell ab, was dann mehr stört als schick aussieht. Die Beleuchtung kann man zum Glück deaktivieren und so tun, als wäre sie gar nicht da. Die Tasten befinden sich rechts unten am Monitor und lassen sich ganz gut bedienen, einen Joystick hätte ich allerdings deutlich bequemer gefunden. Die Power-Taste leuchtet im Betrieb weiß und im Standby rot auf, abschalten kann man die Beleuchtung nicht, gestört hat mich das allerdings nicht, da sie nicht sehr hell ist und selbst im Dunkeln kaum sichtbar ist. Die Anschlüsse befinden sich unten und umfassen einen DC-In 3,5 mm USB-C DisplayPort 1.4 und zwei HDMI 2.0 Ports. Im Standfuß befindet sich eine Kabelführung, welche allerdings zu eng geraten ist. Hat man alle Anschlüsse belegt und nutzt etwas dickere Kabel, gleiten die Kabel nicht mehr so gut durch das Loch. Was mich auch etwas stört ist, dass die Anschlüsse relativ weit unten am Monitor sind. Dadurch sieht man die Kabel immer etwas am unteren Rand hervorspitzeln und es kann auch passieren, dass die Kabel bei der niedrigsten Höheneinstellung auf dem Schreibtisch aufsetzen, das hätte man also definitiv besser lösen können. Im Test habe ich den 27 M2U hauptsächlich an einem 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max Chip und einer Xbox One X betrieben. Beide erkennen an allen Anschlüssen problemlos die volle 4K-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. Verzichten muss man leider auf AMD FreeSync und es gibt auch kein DisplayPort Adaptive Sync. Auswählen kann man hier also nur feste Refresh-Raten von 60 Hz, 50 Hz oder 30 Hz. Positiv ist dagegen, dass der Monitor HDCP 2.2 unterstützt. Somit kann man die hohe Auflösung auch in Streamingdiensten nutzen, mit Netflix hatte ich da über den Safari Browser keine Probleme und auch Filme und Serien in HDR werden ohne Probleme abgespielt. Wer den Monitor über USB-C anschließt, kann ein Laptop, Tablet oder Smartphone auch darüber mit Strom versorgen, was mit einer Leistung von bis zu 90 Watt möglich ist und im Test mit meinem MacBook Pro 16 Zoll mit M1 Max perfekt funktioniert hat. Auch beim Spielen, wobei das Laptop bei anspruchsvollen Titeln zwischen 60 und 90 Watt ziehen kann, entlädt sich der Akku dabei nicht. Der Bildschirm liefert über den USB-C Anschluss also genügend Strom, um die Hardware komplett zu versorgen. Der InnoCN27M2U erscheint im System auch als Audiogerät, wobei der Ton dann entweder über die internen Lautsprecher oder den 3,5mm Anschluss wiedergegeben wird. Die internen Lautsprecher sind aber nicht sehr gut und taugen maximal als Notfalltonquelle. Musik Musik Über DTC ist der Bildschirm übrigens auch steuerbar, was man unter macOS zum Beispiel mit der App Monitor Control tun kann. Wie ihr sehen könnt, kann ich damit die Helligkeit vom 27M2U ganz bequem über die Funktionstasten vom MacBook oder einer anderen Tastatur steuern. Zur Steuerung der Helligkeit bietet der Bildschirm auch einen Umgebungslichtsensor, diesen habe ich allerdings deaktiviert, da er mir zu schnell auf Veränderungen reagiert und mich so im Alltag mehr gestört hat, als dass er nützlich war. Ziemlich praktisch ist dagegen der Schwerkraftsensor, mit welchem der InnoCN27M2U automatisch erkennt, wenn er gedreht wird, damit dreht dann das OSD mit und zumindest macOS erkennt die Drehung ebenfalls und man kann sich das manuelle Einstellungssystem sparen. Hier gibt es allerdings gerade einen Vorführeffekt und macOS hat ihr gesponnen, das Bild wurde zwar gedreht, die Auflösung allerdings nicht korrekt erkannt. Schauen wir uns als nächstes mal das Panel etwas genauer an. Der InnoCN27M2U bietet ein 4K IPS Panel mit einer Diagonalen von 27 Zoll. Ohne Skalierung kann man den Bildschirm also nicht wirklich Nutzen bekommt, so aber eine enorme Pixeldichte, welche für ein gestochen scharfes Bild sorgt und einzelne Pixel bei alltäglichem Abstand komplett unsichtbar macht. Die Oberfläche ist übrigens entspiegelt, was sich gerade mit einem Fenster im Rücken sehr positiv bemerkbar macht. Die Oberfläche ist dabei nicht zu grob geraten, sodass die Bildschärfe und Qualität nicht zu sehr an der Entspiegelung leiden. Da es sich um ein IPS LCD Panel handelt, bietet der 27M2U eine hervorragende Blickwinkelstabilität, an der es wirklich nichts auszusetzen gibt. Am typischen IPS Glow ändert aber auch die Mini-LED Beleuchtung nichts, immerhin kann man den IPS Glow aber je nach Inhalt fast oder komplett eliminieren, wenn man das Local Dimming aktiviert. Rein subjektiv bewertet kommt im InnoCN 27M2U ein sehr hochwertiges IPS Panel zum Einsatz, was mich tatsächlich ziemlich erstaunt hat, denn ich hätte durchaus erwartet, dass man hier bei dem Preis deutliche Abstriche hinnehmen muss. Der Bildschirm liefert einfach ein sehr schönes und bei Bedarf auch extrem helles Bild, welches mich sehr zufrieden stellt und ich bin da tatsächlich recht anspruchsvoll und am Ende auch durch mein Mini-LED Display im MacBook verwöhnt. InnoCN verspricht ja 700 Nitzhelligkeit für SDR Inhalte und je nach Bildeinstellung liegt man nur leicht darunter oder auch ein Stück darüber. Wenn man den Bildschirm mal ein homogen eingefärbtes Bild in Rot, Grün, Blau oder Weiß anzeigen lässt, erkennt man keine übermäßig starken Farbabweichungen oder Abweichungen in der Helligkeit in einzelnen Bereichen des Panels. Von der Homogenität her schlägt sich das Display also recht gut, was definitiv für ein hochwertiges IPS Panel spricht. Natürlich gibt es aber auch ein paar Schwächen, doch außer Profis werden das wahrscheinlich nur wenige bemerken und ein Messgerät brauchen, um sie nachzuweisen. Was die Farbräume angeht, bewegt sich der InnoCN27M2U recht nah an den beworbenen Werten, erreicht aber zumindest beim DCI-P3-Farbraum nicht den versprochenen Wert. Hier messe ich nur 95% statt 99%, wobei ich das aber immer noch für einen soliden Wert halte. Auch beim Kontrast ohne Local Dimming erreicht das Panel nicht den LCD-Optimalwert von 1000 zu 1, sondern liegt je nach Helligkeit zwischen 700 bis 800 zu 1. Das sind immer noch keine schlechten Werte, aber halt auch nicht ganz perfekt. Bedenkt aber, dass die Werte ohne Local Dimming ermittelt wurden, aktiviert man das Local Dimming, sind sogar auf mittlere Helligkeit Kontrastwerte jenseits der 140.000 zu 1 Marke erreichbar, womit man dann irgendwo zwischen einem VA-LCD-Panel und einem OLED-Panel liegt. Was die Farbtreue angeht, bewirbt InnoCN den 27M2U mit einem Delta-E-Wert von kleiner 2. Gemessen habe ich einen Mittelwert von 2,05, also leicht darüber. Grund dafür ist eine Sprengung der Skala durch einen Blauwert. Schuld daran ist wiederum der werkseitig eingestellte Weißpunkt, welcher zu kühl ist und nicht dem entspricht, was im Bericht der Werkskalibrierung steht. Passt man den Weißpunkt übers OSD oder eine Softwarekalibrierung entsprechend an, erreicht man dann auch die beworbene Farbtreue von unter 2. Ein weiterer Schwachpunkt ist der Gamma-Wert, welcher bei 2,2 liegen sollte, tatsächlich aber je nach Preset bei 2,3 bis 2,4 landet. Die im OSD einstellbaren Werte entsprechen also nicht dem, was letztlich dargestellt wird. Um Schiffen kann man das aber mit einer Softwarekalibrierung oder durch Anpassen einiger OSD-Einstellungen, wobei ich bei meinem Testgerät im OSD einen Gamma-Wert von 2,0 setzen und den Wert für Schattenabgleich auf 45 setzen muss, um dann letztlich auf einem Gamma-Wert von 2,2 zu landen. Zum Spielen eignet sich der NOCN 27M2U durchaus, aber eben nicht für schnelle bzw. kompetitive Spiele. Strategiespiele und Rennspiele stellen noch keine große Herausforderung dar, doch bei schnellen Shootern wird es dann eng. Das liegt natürlich zum einen an der maximalen Refresh-Rate von nur 60 Hz, zum anderen aber auch an der Reaktionszeit. Angaben macht NOCN dazu offiziell nicht, doch im UFO-Test sieht man schon deutlich, dass die Reaktionszeit nicht die beste ist. Sehr schnelle Bewegungen führen entsprechend zu Verwaschungen im Bild, was man in einem schnellen Shooter definitiv nicht haben will. Leider bietet der Monitor im OSD keine Einstellung zum Overdrive, also dem Betrieb des Panels außerhalb der Spezifikation, sodass es bei der Reaktionszeit keine Möglichkeit gibt, irgendwie für eine Verbesserung zu sorgen. Anspruchsvolle Gamer müssen sich also definitiv woanders umsehen, um einen wirklich spieletauglichen Mini-LED-Bildschirm zu finden. Apropos Mini-LED, zeigt sich dieses Feature endlich mal etwas genauer anzusehen. Bisher habt ihr alle Demos mit deaktiviertem Local-Dimming gesehen und das ändern wir jetzt mal und schalten dafür auch das Licht hier im Studio aus. Die Beleuchtung vom NOCN 27M2U besteht aus 2304 Mini-LEDs, welche wiederum in 384 Dimming-Zonen eingestellt sind. Das ist natürlich relativ wenig, wohl aber legitim, denn immerhin ist der Monitor erheblich günstiger als die Konkurrenz. Um mal einen Vergleich zu liefern, das 16 Zoll MacBook Pro hat ein Mini-LED-Display mit etwa 10.000 LEDs und satten 2550 Dimming-Zonen. Einen Unterschied macht das natürlich und auch ungeübte Augen werden hier sofort erkennen, dass das Local-Dimming vom MacBook durch die Mehrzahl an Zonen deutlich feiner arbeitet und somit weniger Blooming, also einen Leuchtschein von hellen Bereichen in dunkle Bereiche hinein erzeugt. Nutzlos ist das Local-Dimming vom NOCN 27M2U natürlich trotzdem nicht und macht tatsächlich trotz der vergleichsweise geringen Anzahl an Dimming-Zonen einen sehr großen Unterschied, der sowohl in SDR-Videos wirklich gut zur Geltung kommt, als auch in HDR-Inhalten. Im Vergleich mit und ohne Local-Dimming erkennt man das sehr deutlich. Der Kontrast und die Schwarzwerte profitieren vom Local-Dimming enorm und so bekommt man insgesamt ein wirklich tolles Bild geboten. Leben muss man halt damit, dass man beim 27M2U häufiger Blooming, also den hellen Schein, in schwarze Bereiche hinein erkennen kann, als das bei Mini-LED-Displays mit mehr Dimming-Zonen der Fall ist. Dem kann man aber effektiv entgegenwirken, indem man mit dem Kontrastregler im OSD spielt und darauf achtet, die Bildschirmhelligkeit passend zur Umgebung zu setzen. Wer in einem komplett dunklen Raum die Vollhelligkeit nutzt, wird den Blooming-Effekt logischerweise deutlich stärker sehen, als wenn man die Helligkeit entsprechend reduziert. Auch die Sitzposition hat Auswirkungen auf die Sichtbarkeit des Blooming-Effekts. Am wenigsten erkennt man den Effekt, wenn man direkt gerade auf den Bildschirm schaut. Bei seitlicher Betrachtung ist die Aktivität vom Local-Dimming deutlich stärker auszumachen. Was die Latenz der Dimming-Zonen angeht, liegt diese grob geschätzt bei etwa 10 bis 50 Millisekunden, was nach meiner Beobachtung auch etwas schwankt. Wahrnehmbar ist die Latenz aber nur bei plötzlichen Wechseln zwischen sehr kontrastreichen Bildern, zum Beispiel von einem Schachbrettmuster zu einer grauen Fläche. Im Alltag kommt sowas eher selten vor, weshalb mir die Latenz bei normaler Nutzung in Filmen, Spielen oder auch im produktiven Einsatz bisher nie ins Auge gestochen ist. Wenden wir uns als nächstes noch der HDR-Unterstützung zu. Um HDR zu nutzen, muss die Option im Monitor natürlich aktiviert sein, was man dann auch permanent so belassen kann. Im Betriebssystem gibt es dann noch einen separaten Schalter, um HDR ein- und auszuschalten, wobei die Einstellung unter Windows und macOS identisch in den Display-Einstellungen zu finden ist. Aktiviert man HDR, schaltet der InnoCN27M2U auch automatisch das Local Dimming zu. Leider bietet der InnoCN27M2U keine Regelung der Basis-Luminanz, deaktiviert also im HDR-Betrieb die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit zu verändern. Unter Windows und mit meiner Xbox One X ist das kein Problem, denn hier kann man die Basis-Luminanz in den Einstellungen anpassen. Unter macOS dagegen gibt es diese Möglichkeit nicht. Das führt effektiv dazu, dass man HDR unter macOS nur in einem abgedunkelten Raum sinnvoll nutzen kann, da die Basis-Luminanz für einen hellen Raum einfach zu gering ist. Noch enttäuschender finde ich allerdings, dass die beworbene HDR-Peak-Helligkeit von 1000 Nits nicht erreicht wird, obwohl der Bildschirm eine offizielle VESA-Display-HDR-1000-Zertifizierung bekommen hat, welche man auch in der VESA-Display-HDR-Datenbank überprüfen kann. In meinen Real-World-Tests habe ich in allen Fällen nur um die 700 Nits-Peak-Helligkeit messen können. Es gibt zwar eine Testsoftware der VESA, mit der man die Display-HDR-Helligkeit verifizieren kann und wo der Bildschirm dann sogar weit mehr als 1000 Nits erreicht, doch bringt einem das alles nichts, wenn normale HDR-Inhalte diese Helligkeit nicht erreichen können. Der Grund für diese Limitierung scheint in der Firmware-internen Übersetzung der HDR-Metadaten in die effektive Helligkeit zu legen. Ändert man eine Quelldatei ab und setzt hier den Max-CLL- und Max-Fal-Wert auf 1.107, erreicht der Bildschirm Spitzenhelligkeiten von 1000 Nits und mehr. Warum die vorhandene Technik hier durch Software derart limitiert wird, ist natürlich die große Frage. Ich persönlich tippe ja darauf, dass sich der Hersteller Sorgen um die Kühlung macht. In dem Fall sollte man dann aber auch darauf verzichten, mit 1000 Nits zu werben, wenn es effektiv nur um die 700 Nits sind. Werfen wir als nächstes noch einen Blick auf das OSD. Drückt man eine der Funktionstasten, geht zuerst einmal das Shortcut-Menü auf, über welches man einen schnelleren Zugriff auf bestimmte Funktionen hat. Diese Shortcuts lassen sich natürlich auch anpassen und mit anderen Funktionen belegen, wobei aber nicht alle wichtigen Optionen dafür verfügbar sind. Den Schalter fürs Local Dimming kann man sich zum Beispiel nicht auf einen Shortcut legen, was ich ziemlich unpraktisch finde. Die Monitoreinstellungen erreicht man mit dem Haus-Symbol und das meiste hier sollte selbst erklärend sein, auch wenn die deutsche Übersetzung bei manchen Funktionen ein wenig holprig daherkommt. Die Sortierung ist bei manchen Einstellungen nicht ganz logisch, doch wenn man sich daran mal gewöhnt hat, findet man alle Einstellungen schnell. Zur Navigation hätte ich aber wie schon eingangs erwähnt einen Joystick bevorzugt, denn die Navigation über die verschachtelten Menüs ist mit den nebeneinander angeordneten Tasten ein bisschen mühsam. Beim Blick aufs OSD entdeckt man schnell eine nützliche Funktion namens PEP-PPP. Hier versteckt sich ein Bild-in-Bild- bzw. Bild-neben-Bild-Modus, mit denen man zwei Quellen gleichzeitig nutzen kann. Der Bild-in-Bild-Modus stellt eine zweite Quelle in einem kleinen Ausschnitt dar, dessen Position und Größe man verändern kann. Ein schneller Wechsel zwischen den beiden Quellen ist auch möglich. Im Bild-neben-Bild-Modus wird der Bildschirm entweder zur Hälfte oder im Smartphone-Format aufgeteilt, wobei der Smartphone-Modus entweder links oder rechts genutzt werden kann. Aktiviert man den PEP- oder PPP-Modus, wird automatisch auch die HDR-Funktionalität deaktiviert. Zwei Bugs habe ich im OSD leider gefunden, die hoffentlich in Zukunft mit einem Firmware-Update behoben werden. Hat man beispielsweise eine eigene Farbtemperatur eingestellt, erreicht der Bildschirm nach einem Stand-by-Modus nicht mehr die volle Helligkeit. Man muss dann ein Preset wählen und anschließend wieder die eigene Farbtemperatur, um dann anschließend die volle Helligkeit wieder zu erreichen. Ein weiterer Fehler ist, dass man beim Ändern der HDR-Einstellungen im OSD seine Bild-Einstellungen verliert. Da man die HDR-Einstellungen nie verändern muss, ist das erstmal nicht so schlimm, stört allerdings, wenn HDR-PIP- oder PPP-Modus automatisch deaktiviert wird, denn auch dann wird dieser Bug getriggert und man verliert seine eigenen Bild-Einstellungen, sodass man diese anschließend wieder neu setzen muss. Was die Abwärme angeht, bewegt sich der InnoCN 27 M2U auf einem erfreulich guten Niveau. Das Panel erreicht nach einer Stunde Video-Wiedergabe bei voller Helligkeit, an den meisten Stellen etwa 32 Grad Celsius, lediglich im Bereich der Elektronik wird es mit um die 34 Grad Celsius etwas wärmer, nutzt man die USB-PD-Funktion, geht es im Bereich der Elektronik rauf auf etwa 48 Grad Celsius. Das Netzteil wird mit um die 30 Grad Celsius ohne USB-PD und etwa 40 Grad Celsius mit USB-PD auch nicht sehr warm und kann somit problemlos auch auf engerem Raum verstaut werden. Beim Stromverbrauch gibt sich der InnoCN 27 M2U für die Helligkeit recht genügsam. Ohne Local Dimming messe ich hier etwa 30 Watt bei 25% Helligkeit, 41 Watt bei 50% Helligkeit, 51 Watt bei 75% Helligkeit und etwa 64 Watt bei 100% Helligkeit. Im Betrieb mit Local Dimming schwankt der Verbrauch bei voller Helligkeit meistens um die 50 Watt Marke und je nach Inhalt gibt es kleine Ausreißer runter bis 20 Watt oder hoch bis 60 Watt. Geht man sich mit 50% Helligkeit zufrieden, was im Alltag meist völlig ausreichend ist, genehmigt sich der Bildschirm im Mittel um die 35 Watt, was für einen 4K Bildschirm mit 27 Zoll doch ein sehr guter Wert ist. Was mir aber besonders gefällt ist der äußerst geringe Standby-Verbrauch. Nach Aktivieren des Standby-Modus zieht sich der Bildschirm für etwa 5 Minuten noch 5 bis 6 Watt, danach wechselt er in einen Deep Sleep, wo er dann unter 1 Watt zieht, was mein Messgerät gar nicht mehr erfassen kann und damit einen Nullverbrauch ausgibt. Und ich denke damit haben wir nun alle wichtigen Punkte durch. Wie ihr gesehen habt, bekommt man mit dem InnoCN27M2U tatsächlich einen ziemlich soliden Mini-LED-Monitor für erstaunlich wenig Geld geboten, der sich durchaus auch für den professionellen Einsatz eignet. Schwächen gibt es natürlich einige, von der nicht perfekten Works-Kalibrierung über die Firmware-Bugs bis hin zur künstlichen Beschneidung der maximalen HDR-Helligkeit. Doch sofern man sich damit abfinden kann und keine Probleme damit hat, an den Bildeinstellungen und der Kalibrierung noch selbst Hand anzulegen, bekommt man hier tatsächlich einen extrem attraktiven Bildschirm für vergleichsweise wenig Geld. Von meiner Seite ist hier also durchaus eine Empfehlung drin, denn es gibt am Markt zumindest aktuell keine vergleichbare Alternative, welche zu dem Preis auch nur annähernd so gut ausgestattet ist. Bei Amazon kostet der InnoCN27M2U mit dem Rabatthäkchen in der Regel um die 610 Euro und das inklusive Versand aus Deutschland. Und damit ist dann, denke ich, alles zu diesem Schmuckstück gesagt. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen und weitergeholfen. Feedback, Fragen und eigene Erfahrungen mit dem Monitor sind wie immer gerne in den Kommentaren gesehen. Euch allen vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Video. Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Video.